Sammy beobachtet das hier alles ganz genau. Und falls ihr für eure Vierbeiner ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk sucht, dann zeige ich euch jetzt mal was. Wenn ihr euren Vierbeiner nämlich nachträglich noch ein kleines Weihnachtsgeschenk oder einfach so eine Freude machen wollt, dann schaut mal bei Docs & Tiger vorbei. Da ist Sammy jetzt schon seit über einem Jahr super happy mit einem Futter und hat nie was liegen gelassen davon. Und das hatten wir so nie, sonst hat er ja alle zwei, drei Tage immer das andere Futter liegen gelassen. Und so sieht nämlich Sammy sein Weihnachtsgeschenk aus. Mit dem Code Pizzmeat15 könnt ihr nochmal 15% auf euren ersten Einkauf sparen. Das heißt, schaut da gerne mal rein. Ja Sammy, das Futter ist halt nicht nur deshalb super, weil es so einen hohen Fleischanteil hat, sondern weil auch keine Getreide drin ist, kein Zucker und einfach die Futterakzeptanz super hoch ist. Das ist mit Tierärzten zusammen entwickelt und wenn man einfach von den Dingern ein bisschen was drauf macht, das ist halt wie ein geiles Topping für uns. Oder kann man ganz toll mit spielen, als Leckerli benutzen. Also schaut da unbedingt mal bei den Leuten von Docs & Tiger rein und da bekommt man mit dem Code Pizzmeat15 auch noch ordentlich Rabatt. Und dafür machen wir uns auch mal lang. Wir sind zwar sonst echt faul, aber wow, auf den Popo! Wir hätten, im nächsten Leben wird Sammy Torwart beim BVB und dann geht da keine Bude mehr rein. Oh, fast gefangen. Ich glaube, wir haben eine neue Katze adoptiert. Hier hat jetzt einfach mal Sammy, ach Julius, seinen Kinderwagen gekapert. Ich kann nicht mehr reden. Wir sind schön fleißig am Hühnerfüttern. Die freuen sich richtig. Julius hat sich auch richtig gefreut, Hühner zu füttern. Aber Julius freut sich nicht. Ah, guck mal. Du, du, du. Du, du, du. Du, 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 du.